Und halt Moinsen zu dem Tipp-Video zum 32. Spieltag Bundesliga. Heute Abend geht es ja schon los, Freitagabend mit auch schon direkt. Darauf schauen wir ja hier vor allem im Video, oder ich schaue vor allem hier drauf, auf den Abschiebskampf. Da ein bisschen Bilanzen, Statistiken, wie sieht es aus bei den Klubs. Und dann eben natürlich auch der gesamte Spieltag getippt. Und dann legen wir gleich mal los. Fangen wir an mit Köln gegen Hertha BSC. Zuerst letzten drei Spiele von der Hertha in Köln. 3-1 Köln, 0-0 und ein 4-0 der Hertha 2-19. Auch ziemlich krass. Insgesamt sind es hier 21 Köln-Siege, 11 Hertha-Siege, 4 unentschieden. Also eben mit Heimrecht Köln, immer spezifisch auf das genaue Spiel gesehen, nicht die Gesamtbilanz. Gucken wir so drauf, 3-1 Köln, Hertha-Sieg, Hertha-Sieg, Köln-Sieg, Hertha, Hertha, Hertha. Grundsätzlich als zuletzt, mein klar, da war auch wieder viel Lücken dazwischen, weil Köln mal Zweitligist und so Geschichten. Gar nicht mal so schlecht die Bilanz für Hertha BSC beim 1. FC Köln. Schauen wir mal auf die Kölner, wie es aktuell läuft. Kam aus einer schlechteren Phase, jetzt aber Sieg in Leverkusen. Gut, davor gegen Freiburg verloren zu Hause, passiert mal. Sieg in Hoffenheim, Unschieden zu Hause, Sieg in Augsburg, Unschieden zu Hause. Zu Hause Köln tatsächlich auch schwächer zuletzt, also zumindest schwächer als auswärts. Logisch, wenn man drei Spiele am Stück auswärts gewinnt. Gegner eigentlich auch auf einem ähnlichen Niveau zu Hause wie auswärts. Freiburg zu Hause verloren, Leverkusen auswärts geschlagen. Macht uns VfB-Fans oder Abstiegskampf-Fans, wie auch immer. Es sind ja auch Schalke-Fans, die sich dafür interessieren dürften, dass Hertha Friert zum Beispiel oder Bochum-Fans. Nicht unbedingt die größte Hoffnung, wenn ich so ein bisschen hier einfach blank auf die Bilanzen und sowas schaue. Hertha, scheiße drauf gewesen, jetzt den ersten Sieg gegen uns gesammelt, ist ja klar. Wir sind halt Robin Hood oder, gut, Robin Hood wahrscheinlich auch nicht der perfekte Vergleich, aber wir schenken halt gerne ab. Wir wiederbeleben gerne Mannschaften, aber das habe ich auch schon oft genug erzählt jetzt mittlerweile. Und deswegen vielleicht sogar ein leichter Vorteil für die Hertha. Wer weiß, ja, letzter Spieltag, wie gesagt, haben sie gewonnen. Köln da jetzt den Sieg in Leverkusen gab, der ein bisschen überraschend war, der ihnen aber eben auch, ja, ich glaube, es war sogar sicher der Klassenerhalt bei Köln, also auch so eine gewisse Sicherheit gegeben hat. Ich hoffe trotzdem sehr, dass die da Gas geben, natürlich die Kölner, und trotzdem aber auch wieder zu Hause wieder ein Erfolgserlebnis feiern wollen. Die Hertha, das war ja auch kein Glanz-Sieg gegen uns, das war ein Abstiegskampf pur. Das kann auch in Köln funktionieren. Bochum auch in Köln gewonnen. Also die Hertha kann sich schon durchaus berechtigte Hoffnung machen. Wenn ich so diesen Mix nehme aus Köln eigentlich auch in einer recht guten Phase gerade, auch wenn es eher auswärts ist. Köln generell ja sowieso besser als die Hertha, auch trabillarisch. Köln gesichert, Hertha immer noch nicht geil drauf, aber zumindest mal den ersten Sieg gehabt. Rundet sich das eigentlich alles ziemlich zu einem Unentschieden ab, würde ich sagen. Weiter geht's. Bayern, München, sind schon am Samstag jetzt, gegen Schalke 04, mittags in der Konferenz um 15.30 Uhr. Hier kann man rein statistisch, ja, das Ding schnell abhaken. Der letzte drei Spiele, Bayern gegen Schalke, 8-0, 5-0, 3-1. Generell der Rekord hier für die Bayern mit 42 Heimsiegen, deutlich besser. Schalke 7 aus der Siege, nur in Unentschieden in München. Das letzte Mal gepunktet, 2-17, 1-1, 2-15, 1-1. Letzter Sieg 2-11 im Halbfinale vom DFB-Pokal in der Bundesliga 2-9. Da war ja Schalke auch noch auf einem anderen Level, da war es ja wirklich auch direkte Duelle teilweise da oben. Zuletzt natürlich ganz eindeutig für die Bayern die Statistik. Schalke kommt jetzt aber eben gerade aus einer guten Phase. Also, ne, in Mainz gewonnen, Bremen geschlagen, letzten beiden Last-Minute-Siege. Auf einmal stehen die auf 30 Punkten, auf einmal stehen die auf Platz 15 und können sich berechtigte Hoffnung machen auf einen direkten Klassenerhalt sogar. Das sah ja auch aussichtslos aus. Also wirklich krass, was die für eine Rückrunde spielen. Die Bayern, ja, haben ihren Platz 1 wieder, aber das war es halt auch. Also, die haben jetzt auch die Hertha geschlagen zu Hause, Bremen geschlagen aus. Das ist aber alles eng gewesen. Davor gegen City raus, davor in Mainz verloren. Gerade das Hertha-Spiel, was ja so ein bisschen vergleichbar ist zu Hause. Bayern gegen Hertha und Bayern Schalke. Da hat es die Hertha auch sehr, 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 sehr lange geschafft, sich einfach hinten reinzustellen, zu bunkern, Leidenschaft zu verteidigen. Zum Glück für uns noch verloren die Hertha dort. Aber warum sollte dann die Schalke ähnlich erfolgreich sein? Der Spirit ist da. Warum sollte Schalke da nicht schaffen, einfach auch über lange, lange Zeit da wenigstens es 0 zu 0 zu halten? Ob es am Ende reicht, ist natürlich die andere Frage in solchen Spielen. Aber was natürlich schön wäre für uns, ich will nicht, dass Schalke absteigt grundsätzlich als Fußballfan, aber was schön wäre für uns im Abstiegskampf wäre natürlich, wenn Schalke da aufs Maul bekommt. Aber ich sehe es nicht mehr. Ich sehe diese Kantersiege der Bayern nicht mehr. Ich sehe es einfach nicht mehr. Klar, natürlich, die Bayern sind besser grundsätzlich. Ich glaube auch nicht mehr, dass die Bayern großartig patzen werden. Die werden schon noch Meister werden. Das gibt auch statistisch einen Bayern-Sieg her, aber ich glaube, das wird nicht wirklich ein deutlicher Bayern-Sieg. VfL Wolfsburg gegen TSG Hoffenheim. Eigentlich auch eine Spielansetzung zum Vergessen. Also, dass die in einer Konferenz ist, macht auch wieder irgendwo Sinn. Ich bin schon fragend, wer sich das Spiel als Einzelspiel reinzieht am Samstagmittag, aber ich will jetzt gar nicht weiter drumherum dissen. Letzte Spiele 1-2 Hoffenheim, 2-1 Wolfsburg und 1-1. Alles mal dabei gewesen, die letzten drei Heimspielen von Wolfsburg gegen Hoffenheim. Insgesamt ja noch nicht viele Duelle gehabt, aber sieben Wolfsburg-Siege, nur zwei Hoffenheim-Siege in Wolfsburg, fünf unentschieden. Letzter Sieg von Hoffenheim in Wolfsburg war dann 2012, also auch schon ewig her. Hat auch einige Unschied dabei gewesen, aber hier geht es dann doch auch schon statistisch, bilanzmäßig bei den Wolfsburg gegen Hoffenheim-Duellen ganz klar Richtung Wolfsburg zu Hause. Wenn Wolfsburg irgendwo liefert, dann auch eher zu Hause. Die sind auch tatsächlich echt gerade nicht so stabil. Also ich habe die Saison hinaus immer so ein bisschen unterbewertet. Sind ja auf Platz 7, hat ja irgendwie immer schlechter im Kopf, aber viele, viele Unentschieden jetzt gegen Dortmund aufs Maul bekommen. Außer es ist einfach Dortmund auswärts so. Nicht groß an die Glocke zu hängen. Mainz geschlagen davor zu Hause, 3-0 zu Hause. Davor ist 5-1 in Bochum. Und Gineverkusen, Niederlage in Gladbach. Unentschieden dann bei uns gewonnen. Ist schon ein bisschen länger her dann. Auch nicht so ganz stabil, aber wenn, dann eher auch heimstark. Hoffenheim, ja, auch ein Hoch und Runter. Hatten ihre absolut schlechte Phase da. Dann diese drei Sieger am Stück mit Hertha, Bremen und Schalke. Bayern und Unentschieden sogar dagegen. Köln zu Hause verloren. In Leipzig vorliegen es der Heimsieg gegen Frankfurt, die aber auch eine Bundesliga komisch sind. Also das ist ein Spiel, wo man echt nicht so richtig weiß, was man damit irgendwie anzufangen mag. Ja, Wolfsburg aber schon hat die Heimstark auf ihrer Seite. Hoffenheim auswärts auch nicht unbedingt so besonders gut. Und aus der Statistik abgeleitet, ja, gab ein paar Unentschieden, aber auch viele Wolfsburg-Siege. Ich glaube, wir können schon zumindest darauf hoffen, dass das Hoffenheim da nicht gewinnt. Aber das ist irgendwie echt, das ist so ein Wolfsburg-Sieg, Schrägstrich, Unentschiedenspiel, statistisch gesehen. VfL Bochum gegen Augsburg. So mit das Spiel neben Köln gegen Hertha, auf das wir am meisten Auge legen, auf das wir am meisten geiern müssen. Letzten Spiele, also was heißt die letzten Spiele? Na gut, auch schön. Ich mache mir immer die Tabs auf, fußballdaten.de, Kicker, andere Statistiken. Und jetzt gucke ich hier gerade drauf, mir fällt gerade auf, die hatten einfach nur insgesamt nur drei Spiele gegeneinander. Also drei Spiele in Bochum gegeneinander. 0-2 für Augsburg in der letzten Saison. Dann zu 21 hat es Bochum im FPV-Durchschießen geschafft, in den Pokal weiterzukommen. Und dann 2010 in der zweiten Liga noch gab es ein 0-2 für Augsburg. Bedeutet, in der Bundesliga oder generell in der deutschen Liga, sage ich mal, nicht im Pokal, hat Augsburg alles gewonnen. Die zwei Spiele halt. In Bochum, kein Heimsieg für Bochum. Kann man jetzt und mache ich auch so, nehme ich als positiven Effekt mit. Bochum ja auch schon wirklich lange, lange ohne Sieg. Lange ohne Sieg. Leipzig geschlagen da vor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele her. Das ist schon eine lange Zeit. Dann wirklich eine Abwechslung. Unschieden Frankfurt, verloren Stuttgart. Unschieden Union, verloren Wolfsburg. Unschieden Dortmund, verloren Gladbach. Heißt eigentlich nach der letzten Reihenfolge, wir müssen jetzt den Unschieden folgen. Für uns wäre es natürlich schöner. Klar, Augsburg ist auch noch nicht komplett weg, aber der Sieg gegen Union war schon sehr wichtig. Und Augsburg zähle ich nicht mehr in den engeren Abstiegskampf mit rein. Deswegen wäre es für uns wahrscheinlich besser, wenn Augsburg da wirklich auch abliefert in Bochum. Bochum halt grundsätzlich, wenn sie was haben, dann ist es halt die Heimstärke. Auch wenn die Sieg natürlich jetzt auch statistisch nicht krass darlegt, weil wir sind halt einfach alle zusammen da unten im Abstiegskampf. Aber Bochum hat von ihren 28 Punkten 20 zu Hause geholt. Ja, das ist so ein bisschen die einzige Furcht bei dem Spiel. Wie gesagt, Statistik nehme ich mir jetzt als positiv raus. Aber ey, das sind drei Spiele. Also wenn ich wirklich irgendwie mit reinnehmen kann, es ist ja eigentlich gar nicht ernsthaft. Hoffen wir, dass Augsburg da irgendwas hinbekommt. Nach diesem Ablauf hier von Bochum soll es jetzt einen Unschieden geben. Augsburg ist auch lange sieglos gewesen in der Bundessieger. 2-1 gegen Bremen, damals letzter Sieg, ist aber auch Union geschlagen zu Hause. Davor Unschieden, Unschieden, Niedernage, Niedernage, Unschieden, Unschieden. Das riecht schon sehr irgendwie nach einem Unschieden. VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen. Das Spiel am Sonntag. Wir ziehen nach. Wir wissen, wie alle Kontrahenten gespielt haben, bevor wir dann dran sind. Letzte drei Spiele. Stuttgart, Leverkusen, also Heimrecht, VfB. 1-3, 1-1, 0-1. Da musst du auch eine ganze Weile scrollen, bis du den letzten Sieg hast zu Hause gegen Leverkusen. Habe ich auch schon erzählt in Vorberichten hier und da. 2010 das letzte Mal der Fall gewesen, wir uns zu Hause gewonnen haben gegen Leverkusen. Seitdem waren es, glaube ich, drei Unschieden und sieben Niederlagen zu Hause. Das ist tatsächlich mal ein Ding, wo wir zu Hause eine schlechtere Bilanz haben. 41 Spiele hatten wir, Stuttgart-Leverkusen, 16 VfB-Siege, sieben Unschieden und 18 Leverkusen-Siege. Also die hat man schon abgestempelt oder ich zumindest abgestempelt als Angstgegner, weil in Leverkusen sieht es ja auch nicht besser aus für uns. Deswegen schaust du mir gerade wieder an, diese Serie an Spielen runter hier. Wie gesagt, so zehn letztes Mal gewonnen. Das ist halt einfach, ja, das macht nicht wirklich Hoffnung. Also es macht nicht wirklich Hoffnung, die Bilanz. Bei uns jetzt ja auch eigentlich in einer guten Phase, hier habe ich schon viel in Vorbericht gesagt, das ist ja auch ganz klar, eigentlich in einer guten Phase jetzt eben diese absolut unfassbar dämliche, auch vom Zeitpunkt her bescheuerte Niederlage bei der Hertha, die das ein bisschen deutlich einen Knick in die Optik gegeben hat. Aber davor, wie gesagt, seit Hoeneß da ist, Sieg Nürnberg, Sieg Bochum, der brutal wichtig war, Unschieden gegen Dortmund, was krass war. Unschieden Augsburg auch in Ordnung, Sieg Gladbach war wichtig und war nötig. Verloren gegen Frankfurt, ja, unglücklich, 50-50-Spiel ist so passiert. Und dann habe ich das erste richtig schlechte oder vom Ergebnis vor allem richtig schlechte bei der Hertha. Spielerisch wäre da auch ein Unschieden drin gewesen, aber es war schon auf jeden Fall deutlich, deutlich weniger, als man erwartet hatte, weil, wie gesagt, Gewinn in Berlin und du hast echt gefühlt, also sehr wenig Probleme da unten, was den direkten Abstieg auf den ersten Blick angeht. Leverkusen eigentlich in einer guten Phase, Bayern geschlagen, Schalke, Frankfurt geschlagen, Europa League weitergekommen, Leipzig geschlagen, Union, Auswärtsunschieden abgetrotzt. Dann jetzt aber zwei Niederlagen, das hat man die Pleite zu Hause völlig überraschend, muss man ja sagen. Also für mich zumindest als normaler Außenstädter, Fußballgucker in der Bundesliga, nicht als Köln-Fan oder Leverkusen-Fan, völlig überraschend. Zu Hause verloren gegen Köln mit 1-2, Davy Selke Masterclass. Hoffentlich macht Davy Selke gegen seinen Ex-Klub am Freitag die Masterclass, oder heute Abend die Masterclass dann gegen Hertha, um zu dem Spiel nochmal zurückzukommen. Und dann eben gestern verloren in Rom, das ist ja die größte Hoffnung für uns beim VfB, dass da vielleicht Reisestrapazen, Auswärtsreisen spielen sie am Sonntag bei uns. Jetzt müssen sie ja auch Gas geben. Die haben verloren in Rom mit 1-0, was aber aufholbar ist in 1-0. Keine Ausdruckregel und so weiter, ist aufholbar, aber die werden Vollgas geben müssen an dem Donnerstag, wenn sie weiterkommen wollen ins Finale. Das hat die Hoffnung, weil Europa League in der Bundesliga schaffen sie, glaube ich, zu halten. Oder sieht ganz gut aus, dass sie es halten könnten dort. Natürlich noch Wolfsburg und so Geschichten dran, aber können sie es schon halten. Champions League schaffen sie halt nur, wenn sie Europa League gewinnen. Also sie werden schon einiges rangehen. Mal gucken, ob sie irgendwie schon am Sonntag oder zumindest leicht rotieren. Ich glaube, ein, zwei Flexionsgeschichten gab es auch. Ich glaube, Andrich vor allem, der fraglich ist für Sonntag. Das sind so die Hoffnungen, die wir da reinsetzen, statistisch. Vom Klub her, vom Kader her, wie es aktuell läuft. Leverkusen ist eine echte gute Mannschaft unter Alonso. Also wenn ich als anderer Abstiegskandidat oder im Abstiegskampf unten gucken würde, als Hertha-Fan, als Schalke-Fan, whatever, Bochum-Fan, würde ich mir denken, gut, sichere Niederlage. Aber wie ich es auch schon im Vorbericht gesagt habe, wenn wir gleich zu den Tipps kommen, werde ich es anders machen. Wie gesagt, Prognose habt ihr ja im Vorbericht schon gehört. Aber statistisch gesehen ist das ein Sieg für Leverkusen. Und dann kommen wir zum Tabellenrechner. Und wie gesagt, jetzt hier alles davor war, Bilanzstatistik, ein bisschen gequatscht über die Spiele jeweils. Jetzt einfach wirklich meine Tipps aus dem Bauch raus. Köln-Hertha, ich glaube nicht, dass Hertha gewinnt. Sie haben irgendwie auch gerade keinen Köln-Sieg, deswegen 1 zu 1. Bayern-Schalke, das wird ähnlich wie Hertha ein langweiliges Ding, machen sie vielleicht noch ein Tor mehr als gegen die Hertha, kommt 3-0 Bayern. Union-Freiburg, Duell da oben um Champions-League-Plätze, das ist einfach brutal. Ich tippe, komm, ganz ehrlich, Überraschung, da glaube ich die erste Pleite für Union. Aber ich sage ganz ehrlich, 1-0 Freiburg, sie kommen einfach auch mal einen Überraschungstipp am Spieltag mit dabei haben. Warum denn nicht hier, kurz vor Saisonende, auch in Kick-Tipp, habe ich eh absolut nichts mehr zu gewinnen. Also ich bin, glaube ich, ganz gut dabei bei unserer Gruppe, aber nicht Richtung Platz, nicht Richtung Top 3. Frankfurt gegen Mainz, Frankfurt echt, 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 echt quatschig drauf, ne? Unentschieden, 1-1. Wolfsburg gegen Hoffenheim, genau das gleiche, 1-1, schon 3-1-1, aber so ist es halt diesen Spieltag. Komm, setzt mal fort, Bochum-Augsburg, auch ein 1-1. Ich habe sehr, sehr große Angst, dass Bochum das gewinnt. Und da werden die Kollegen ja richtig weg von uns, oder möglicherweise drei Punkte weg von uns. 1-1, Dortmund-Gladbach, Heimspiel Dortmund, Gladbach komisch drauf. 4-0, ich sage es dir, wie es ist. Stuttgart gegen Leverkusen, wie gesagt, statistisch und so, ist da normalerweise wenig zu holen. Aber ich hoffe auf eine Heimstimmung, ich hoffe auf Leverkusener Reisestrapazen, Verletzungen schonen. Wie auch immer, ein VfB, dem Leverkusen besser liegt. Und wie ich ja auch im Vorbericht schon gesagt habe, muss ja bei dem Tipp auch bleiben. 1-1. Und dann haben wir Leipzig gegen Bremen. Das wird ein 3-1 für RB Leipzig. Und dann Tabelle kurz gucken. Bayern bleiben oben, Dortmund weiter einen Punkt dahinter. Leipzig 3, Freiburg schiebt sich vor Bayern Union. Der Überraschungstipp des Spieltags kommt wahrscheinlich im Leben nicht so. Leverkusen bleibt auf der 6, Wolfsburg auf der 7, darunter Mainz, Frankfurt, Gladbach, Köln, Bremen, Augsburg auf 35, Hoffenheim auf 33. Und dann interessant wird es, Schalke auf 15 mit 30 weiterhin. Wir auf 16 mit 29 weiterhin. Bochum auf 17 auch weiterhin. Punkt gleich 29, aber besser als Torefeld ist auf unserer Seite. Und die Hertha auf 18 bei 26. Und dann würde ich sagen, war es das mit meinen Spieltagstipps und auch ein bisschen Bilanz und Blick auf den Abschiedskampf. Gerne eure Tipps in den Kommentaren da lassen. Auch gerne eure Hoffnungen oder wie auch immer alles zum Spieltag einfach mal da lassen. Worauf ich so hoffe. Aber wie gesagt, wir müssen ja als VfB-Fans echt geiern. Am Freitag geiern, Samstag geiern. Und hoffentlich dann so geiern, dass Freitag, Samstag die passenden Ergebnisse kommen, um sich nochmal mehr Hoffnung zu machen für den Sonntag. Gerne ein kostenloses Abo und kostenlosen Like da lassen. Danke für's Zuschauen. Morgen früh, wie gesagt, kommt ein geiles Video. Könnt ihr euch drauf freuen, glaube ich. Ich bin sehr happy damit zumindest. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.